So, weiter geht's. Ab in den, ins Grauen. Sterbt, 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 sterbt. Sterbt, 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 sterbt. Oh, Schwertangriff haben wir wieder einen höher bekommen. Ich bin tot. 200 Zoll, so viel hab ich doch gar nicht. So. Ah, ich freu mich ja schon wieder aufs Button-Hemmer nachher. Oh, wird das schön. Ich hasse es. So, wo gehen wir hin? Hier ist Map B, okay. Ich bin jetzt nicht besonders scharf hier drauf, alles zu finden. Ich würde das Spiel gerade nur noch durchhaben irgendwie, weil der zweite Teil ist nicht so lustig. Muss ich ganz ehrlich sagen, mir gefällt der zweite nicht so toll. Habe ich aber schon einige Male gesagt, glaube ich. Weil sonst hätte ich ziemlich gelogen. Obwohl es natürlich ein tolles Spiel ist. Ähm. Was nehmen wir? Pflanze, oder? Das Ding hat mich angegriffen und dann hat der, und dann hat der, und dann hat der, und dann hat der so, und dann hat der, alter. So'n Arsch. Ich hasse diese Teile. Ich hasse, hasse, hasse sie. Hasse, 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 hasse sie. So, schleunigen Niu. Tot. Was soll denn die Scheiße? Stürb! Stürb doch mal! So! Geht doch! Ich muss halt anfangen auf die Uhr zu gucken, wenn ich aufnehme. Oder anfangen aufzunehmen. Huch, sorry. Ja, ist okay jetzt. Oh, ich will hier weg. Schnell weg hier. So. Oh, geh weg, Kreia. Oder nee, komm her, Kreia. Ah! Game over! Okay. Wo sind wir hier? Ah! Speer! Buff! Hä? Gut, dann schießen wir jetzt mal den Typen da ab. Okay. Ah, da kommt eine Plattform runter. Boah, was ist denn los heute? Das finde ich gut, finde ich gut, finde ich gut, finde ich gut. Gut, dann gehen wir da mal rein. Ja, ich weiß, dass du kein Sonnenlicht verträgst, Sabata, aber das ist mir egal. Wo ist die Tür? Irgendwo war doch eine Tür. Oh, geh weg. Gut, gehen wir nochmal runter. Da war, glaube ich, die Tür. Ja, genau da. Da ging es vorhin nicht weiter. Also gehen wir jetzt hier hoch und gehen wir da. Dann gehen wir da weiter hoch. Dann sind wir... Was steht da an der Tafel? Auf dem Wand steht etwas. Ja, wozu... Weil so auch nicht, ne? Wohin ist der... Äh, wo ist der Schlüssel? Äh, auf dem Kopf von dem Typen da. Dumm, dumm, dumm. Da ist er doch. Hä? Super. Warte, nu? Haben wir hier die Tür offen? Benutze 3-Key. Ja. Schön. Mach das Sonnenlicht runter. Och, nö. Jetzt ist dauerhaft zwei Sonnenbalken da. Och, nö. Gut. Ich glaube, wir müssen uns hier mal... Jupp. Ah, ja. Da müssen wir... Das ist ein Labyrinth-Ding. Hätte das gedacht. Aber da müssen wir mit beiden gleichzeitig durch. Oh, und Sabata stirbt gleich, weil ich diesen komischen Otenko-Kopf da oben habe. Hallo, Sabata. Hey, Sabata. Wie geht's dir? Digga. Wumms. Ne, das wollte ich nicht. Ach, ach so. Jetzt komme ich hier durch. Okay, okay, okay. Das war alles so geplant. Hm? Ach so, ach so. Aha. Oh, ich mag das Teil nicht. Ich merke das schon. Ich mag das Ding nicht. Ja, ich weiß. Game over. Gut. So, aktiviert. Jetzt gehen wir aber zurück. Los, Diongo. Äh, ne. Ich will das dann. Gut. Bam. Stimmt das alles so? Jo. Müsste stimmen. So. Und nochmal. Äh. Ich will nicht schon wieder sterben. Sterben ist mal schlecht. Ah, Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Oder Axt. Geht auch. Was passiert? Da kommt was runter. Okay, wo war das? Ah. Okay, da waren wir gerade. Ja, okay. Guti, guti, gut, gut, gut. Dann ist das so. Gehen wir hier zurück. Und gehen zu dieser unfassbar tollen Plattform. Ähm. Da. Boom. Und nu? Nu geht das Ding auf. Okay. Können wir damit fahren? Ne, die ist nur so da. Okay. Oder können wir mit dem Ding da fahren? Fahr mich in die... Achso, mit dem sind wir gekommen. Okay. Das hab ich vergessen. Da war ich doof. Ich bin nicht doof. Gut. Auf zu Saboto. 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 Das Ding ist ja gleich da. Hä, wo kommen die Schicken jetzt her? Dummes Hühnchen. Bah. Wo sind wir? Oh nein. Oh nein. Ein Rätsel mit Blöcken in den Boden schieben. Hm. Gut. Bis jetzt geht's noch. Ja, machen wir den da hin. Und da hin. Wo muss der hin? Da hin. Okay. Ja, ist nicht schwer. Das ist leicht. Das ist leicht. Das kann nicht. Das kann sogar ich. Also könnt ihr das auch. So. Der kommt da rein und das Ding ist fertig. Gut. Jetzt brauchen wir dich. Yango. Herrscher der Unterwelt. Aber wie kommen wir da jetzt hin? Wie kommen wir da jetzt hin? Wie kommen wir da jetzt hin? Wie kommen wir da hin? Wie kommen wir da hin? Ach, wir können jetzt hier lang gehen. Okay. Okay, okay. Ein Trank, ein Trank, ein Trank. Ich würde mal sagen, es... Nee. Wir werfen das Ding hier weg. Wegwerfen? Jo. Passt. Geh auf. So. Ja, da brauchen wir einen Schlüssel. Okay, okay, okay. Eine Bombe. Noch eine Bombe. Noch eine Bombe. So, geht tot, Mumie. Noch eine... Ich glaube, wir müssen die Mumie killen. Ich glaube, wir haben auch gar nicht mehr so viel Zeit. Los, komm. Ähm. Was soll denn die Scheiße jetzt? Äh. Okay, ich glaube, wir haben auch gar keine Zeit mehr. Also bis zum nächsten Mal.